Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Ich hatte es jetzt schon gesehen, es gibt neun Szenen, auf den wir schon extrem lange gewartet haben, der glaube ich schon zu Ostern rauskommen sollte. Das Ganze werden wir uns jetzt anschauen und wenn euch die Videos gefallen würden, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Schreibt gerne in die Kommentare noch Video-Vorschläge oder generell Feedback. Wird mich auf jeden Fall super unterstützen und jetzt schauen wir in den Itemshop rein. Also die Astro-Assassin gab es damals schon in einer anderen Variante im Prinzip zu Ostern, zumindest sollte sie zu Ostern rauskommen. War dann Ewigkeiten in den gelben Files, wurde irgendwann auch wieder gelöscht und da hatte sie auch noch hier so Ohren an den Seiten dran und jetzt wurden die im Prinzip entfernt. Das Design etwas überarbeitet, finde ich so tatsächlich etwas nicer. Im Backpack sieht man hier auch noch den Hasen, der eben halt vom ursprünglichen Skin ist und hier gibt es anscheinend zwei Backpack-Stile, allerdings erkenne ich da jetzt keinen Unterschied am Backpack. Ich finde, das sieht genau gleich aus, egal ob es die erste oder zweite Variante ist. Ich weiß nicht, was damit genau gemeint ist, vielleicht war das vom alten Skin, dass es da eben halt das gab und jetzt eben halt nicht entfernt wurde. Dann haben wir hier den Sakya-Skin, der sieht eigentlich ganz nett aus mit den ganzen goldenen Elementen und weiß. Weiß-Gold sieht eigentlich ganz nice aus, gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir die Himmels-Lackierung, die Animation wäre nice, wenn sie etwas stärker wäre, aber so sieht man die eigentlich fast kaum, vor allem wenn die eben halt im Licht sieht man gar nicht. So sieht man die noch ein bisschen besser, weil wenn die im Licht steht, sieht man die gar nicht. Dann haben wir die Bugentacke, nice aus, oben mit der blauen Spitze und dem goldenen Säbel im Prinzip, gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir hier als drittes den Markor-Skin, so im Prinzip der Teufel, hinten mit schönen Flügeln, sieht eigentlich ganz nice aus, unten auch noch so Törnern an den Schuhen daran, sieht eigentlich ziemlich nice aus. Wobei der eben halt auch sehr, sehr böse aussieht, einfach mit dieser blauen Haut, gefällt mir aber eigentlich. Dann haben wir ein böser Blick, hier ein Auge und dann schöne Flamme-Effekte. Und ein ziemlich nice Sound, leider haben wir gut schütteln. Letztendlich meinen Lieblings-Mode würde ich eher nicht kaufen. Dann haben wir Winkelfluss, sieht ziemlich witzig aus, die Lackierung hat eben eine ganz schöne Animation, die man auch ganz gut sehen kann. Sieht eigentlich definitiv ganz nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir den Eisbrecher. Im Prinzip, keine als spezielle Spitzhacke, einfach eine Schaufel, ist trotzdem ganz nice. Dann haben wir Träumerflüster. Ganz nett auf jeden Fall, wobei ich die beiden Emo jetzt nicht in den Fall zu gehen. Dann haben wir die rote Verteidigerin mit dem Winterstil, hier auch noch mit der Kopfbedeckung drauf. Eigentlich ganz nice das Skin, mit dem schönen goldenen Look, goldenen Musters auf dem T-Shirt ist, wenn es am Licht steht, sieht man das eben halt. Ist ja eigentlich ganz nice. Ähm, als letztes haben wir noch die Volumeisterin. Finde ich eigentlich einen ziemlich nice Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen, ist nice. Und das war es jetzt mit dem Video. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich hier die anderen Videos auscheckt und die Livestreams. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.